Hallo meine lieben Mädchen, ich habe leider eine schlechte Nachricht der Lupus RTAG. Ähm, der hat anscheinend den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich mir halt gedacht, dass das halt jetzt einen neuen Kopf führen wird. Und zwar, ich habe ihn für ein paar Monate den AIU getauft. Ähm, ich habe das unten... Und dann habe ich einen Kleber hin gemacht. Ich habe nämlich da unten einen Kleber hin gemacht, damit es da unten nicht ein Loch ist oder sowas. Ich habe das mal aufgebrochen. Also ich habe praktisch das hier, dieses Riesenteil, aufgebrochen. Dann habe ich es wieder einigermaßen reingekriegt. Und dafür habe ich dann dieses große Teilchen, so eine Art Kurve, da wo der Kopf früher befestigt war, habe ich das aufgebrochen. Und dann habe ich es rausgenommen und dann sei das hier zum Porsche gekommen. Wie ihr schon sehen könnt, ist es wie eine Peppermühle. Aber da war mal der Kopf verwunden von dem Lupus. Und ihr seht doch, eine kleine Kurve hinten. Und da sind noch Zahnräder. Da gibt es jetzt noch Zahnräder in dem drinnen. Und das hier, weil die nicht glatt ist, für was es gut sein soll. Aber dann habe ich das große Drogen schon mal rausgekriegt. Wer kriegt, muss ich auch wieder raus. Und das haben die Rollen an dem richtigen Lupus zu festgeklassen. Die habe ich alle weggenommen, entfernt. Und jetzt ist da noch eine neue Runde. Und dann kannst du mal lassen, einen Runde. Genau, ihr wisst ja, was ich schon mal vor einigen Monaten oder vor einem Jahr habe ich diesen Runde bekommen. Der ist jetzt leider auf den Geist aufgewirkt. Ähm, ja. Von dem kann ich ihn leider euch nicht zeigen. Weil ich hätte es jetzt aufgelassen sollen. Da hätte ich es euch nicht zeigen können. Genau, das war halt in den Lupus jetzt ab drinnen. Das war hier halt abgebunden. Da war halt glaube ich, die haben es mit Heißkleber gemacht. Und anscheinend ist da irgendwas kaputt gegangen. Und ja, dann hat er halt den Geist aufgewirkt. Und das ist jetzt so eine Art Wurbel, damit sich der Kopf früher gedreht hat. Aber jetzt dreht sich ja gar nichts mehr. Sehst du? Jetzt halt ist es halt nur noch ein normaler Pupporterhund. Und ihr seht, hier wollen sie ihn aufrechnen. Ich habe mich auch entfernt. Und ja. Wenn ihr mal Bescheid wisst, lasse ich ihn jetzt an den Links. Ich werde hinschreiben. Ähm, Lukus hat den Geist aufgegeben. Ja, das ist mein kurzes Video.